Also das Wechselmodell droht länger und ich glaube mit Flipped Classroom haben wir echt ein gutes Werkzeug. Ich mache jetzt alles am Mathebeispiel, aber das kann man ja übertragen. Ich habe normal da vier Stunden in der 11. Klasse. So sehe ich die Schüler im Wechselmodell ja nur noch zwei Stunden. Die Gefahr ist, dass man das Ganze frontal dann reinpresst. Das ist ein Rückschritt und für die Schüler macht es keinen Spaß. Ich habe dann sechs Stunden Frontalunterricht. Das Flipped Classroom wird vom Sebastian Schmidt erklärt auf YouTube. Diese vier Minuten, knapp, die lohnen sich total. Der hat da den Lehrerpreis gekriegt, zu Recht. Es geht im Wesentlichen darum, dass das der Kern, dass man so einen Teil vom Frontalunterricht per Video nach Hause überträgt. Und dann hast du einfach in der Schulstunde mehr Zeit für Übungen, dem Schüler über die Schulter schauen, mal reden, mal was machen. Und das dient auch der Individualisierung. Also manche Schüler schauen es mit doppelter Geschwindigkeit und manche schauen es dreimal oder nach einer Woche wieder. Also diese Lernvideos sind ein sehr tolles Werkzeug. Natürlich kein Allheilmittel, aber wir sind Profis. Wir wissen, wann dieses Werkzeug wie passt, ob wir es viel oder wenig einsetzen. Das Problem ist eher, es kostet Zeit. Also Videos erstellen und selbst Videos suchen. Es gibt gerade Mathe ganz viel. Kostet auch Zeit, viel Zeit. Die Frage ist, wie können wir uns da zusammen tun, damit es für den Einzelnen erträglich ist. Und ich bin sicher, wir brauchen Begleitmaterial eng zum Buch. Dann würde es klappen, weil es viele Projekte gibt, die nicht so klappen. Und zwar, ich habe hier so ein Kapitel. Der Schüler braucht zur Aufgabe 7 ganz konkret Hilfe-Videos. Da muss ich ja nicht jede Teilaufgabe durchrechnen, aber ich weiß ja, woran es hakt, wenn er die 7 nicht versteht. Dann kann ich ihm Teile erklären. Natürlich braucht er auch so zu den Musterbeispielen so ein paar Hilfe-Videos. Und er braucht ein Video, worum geht es überhaupt denn in dem Kapitel. Aber das könnte man im Netz suchen. Dann kann sich einer die Mühe machen, das Beste rauszusuchen. Und dann haben wir so eine Webseite mit Material zu diesem Kapitel im Lambach. Passt genau. Nicht nur diese ganzen Videos, auch ein Quiz, Kahoot, H5P, irgend so ein Moodle-Ding. In Physik brauche ich Ideen, welche Versuche könnte man denn zu Hause machen. Und innovativer Unterricht, Ideen von Kollegen. Nicht immer nur 1. Satz, 2. Beispiel, 3. Rechne, sondern vielleicht mal irgendwie anders. Ja, da bin ich neugierig drauf. Das hilft uns. Hier, die Seite habe ich gemacht für meine Schüler. Das ist jetzt echt nicht schwer. Da habe ich jetzt Videos zu den verschiedenen Aufgaben gemacht. Habe eine App verlinkt, habe Videos verlinkt, die ich selber nicht machen wollte. Fertig. Die Frage ist, wenn wir dazu zehnt wären, wäre es leichter. Wie baue man ein Netzwerk auf? Dann welches Tool eignet sich rein und juristisch? Also wenn ich hier ein Foto vom Schulbuch mache, dann bin ich sicher, ist das vor der Zitierfreiheit gedeckt. Aber wenn ich jetzt das systematisch als Begleitbuch mache, weiß ich nicht, wie viel ich darf. Und ich weiß auch nicht, ich will keinen Fehler mit dem Presum machen. Sowas kostet mir 1.000. Deswegen wäre ich dankbar, wenn Juristen uns da beraten könnten. Was geht, was geht nicht? Vom Tool her, man nennt Content Management System, nennt man die Dinge, mit denen man Webseiten baut. Das ist wie Word. Also total einfach. Und ich glaube so 5 bis 10 Leute, die gemeinsam was bauen, Content Management System. Wenn es mehr werden, so 20 bis 50 Leute, würde ich eine Wiki Software empfehlen. Aber vielleicht kennt jemand noch was anderes, was noch besser ist wie CMS oder Wiki. Bei Wiki gibt es immer so Admins, das heißt, da können jetzt auch 100 oder 1.000 Leute mitschreiben. Und die Admins schalten es immer dann frei, wenn sie geschaut haben, ob es auch passt. Und das ist nur ein Beispiel. Firma Jonas ist deutsch und die haben Content Management System, die haben Wikis und zu den Tarifen 10 Euro im Monat fertig. Also wenn einmal am Samstag regnet, dann läuft das Ding. Das ist hier, da gibt es keine Ausrede. Okay, es wäre trotzdem, finde ich, schön, wenn die das in Berlin, da liegt ja genug Geld noch rum, wenn die da für uns das starten würden, weil es dann auch rechtssicher wäre. Oder in Bayern, ich mache nur das Beispiel, jedes Bundesland hat ja seine eigenen Institute, wo Leute Geld haben und die Juristen haben und eigentlich so ein Wiki mal aufbauen könnten und loslegen könnten. Auch selbst in München gibt es ein Institut, sonst, wenn die alle nicht wollen, die Lehrerverbände hätten zumindest Mailingliste oder sonst ganz alleine. Also der Lambacher Schweizer 11 oder Fokus 10 in Bayern, Bayern Gymnasium, die würden mich interessieren und tun wir uns halt zu 5, zu 10 zusammen. Dann machen es völlig ohne die da oben. Ich erzähle nochmal, warum ich glaube, dass wir wirklich am Buch bleiben müssen. Also wenn es zwei Bücher zum gleichen Lehrplan gibt, glaube ich, wirklich zwei Links-Sammlungen zu machen, auch wenn es Arbeit ist, weil man ja doch, die Leute, die es machen müssen, dann so Paste-Copy, viel doppelt sich, ja, Paste-Copy machen. Aber wir müssen vom Kind her denken. Wenn das Kind daheim sitzt und nicht weiß, was es hier tun soll, dann ist es vielleicht überfordert, in so einem eher allgemeinen Mathebuch den richtigen Knopf zu finden. Wenn es aber ein sehr spezielles Begleit-Website ist, ja, dann kann ich nachschauen, Seite 84, Aufgabe 7. Warum kann ich das nicht? Und ich glaube, jeder, der jetzt nicht weiß, dass hier ein Halb rauskommt, versteht so ein bisschen, was ich meine. Auch bei YouTube, im Moment suchen die bei YouTube und da suchst es lang. Also, weil der, der weiß, wonach er suchen muss, der muss ja nicht suchen, der weiß ja, dass es der Logarithmus ist und so weiter. Ich habe hier bei meinen Videos Kommentare mit Danke nach langem Suchen, Danke, das ganze Internet abgesucht. Nicht, weil meine Videos besser sind wie die von den Kollegen, nur einfach, es hat zu dem Problem, ja, von diesen Schülern hat mein Video gepasst und dieses lange Suchen muss weg, muss besser werden, Material komplett. Und aus, die Lehrer denken, und zwar an solche Lehrer, die gerade nicht so viel Zeit haben. Also, wo der Matheunterricht abends, wenn die Kinder schlafen, einfach schnell gemacht werden muss. Dieser Kollege, der weiß, ich mache im Lambacher dieses Kapitel und dann kann ich mich darauf verlassen. Ich muss das Video gar nicht durchgucken, diese ganzen Videos. Die werden passen. Es geht nicht nur um die Kindersituation. Es gibt auch Kollegen, die haben zum Beispiel Mathe, Psychologie und Psychologie braucht zurzeit so viel Beratungsbedarf und dann muss Mathe nebenbei laufen. Und deswegen lehne ich alles ab, was irgendwie passwortgeschützt ist und so. Und es muss frei sein. Bildung ist komplett frei für alle Schüler, alle Lehrer auf eine Website und jeder kann draufklicken und, ja, nennt man OER. Fertig. Weiter. Leute sind Moodle-Fans. Ich glaube, aber wir haben in Bayern dieses Mebis, da wären die ganzen Lehrer schon drin. Ich habe mir lange überlegt, ob das irgendwie so eine Möglichkeit wäre, aber können 1.000 Lehrer auf ein Moodle zugreifen? Können 10.000 Schüler, jetzt habe ich 0 zu viel, ja, 100, so viele sind es doch nicht. Ähm, hier, radieren, so. Können die auf ein Moodle zugreifen? Also, ich glaube, das hängt und dann könnt ihr aus Berlin das nicht sehen, was wir machen. Passt nicht. Aber was geht, ist, wir könnten auf diese Webseite einen Moodle-Link machen. Also, man macht hier so irgendwas Tolles, ja, mit H5P und Quiz und dann macht man einen Link und sagt dem Lehrer, lieber Lehrer, der du ständig in deinem Microsoft Teams bist, schau doch mal im Moodle, da haben wir was Cooles. Genau. Und jetzt bedanke ich mich. Wer Videos machen möchte, ich habe es hier erklärt, das Wichtigste ist, keine Angst, keine Perfektion, einfach machen, ja. Und ich habe beim ersten Lockdown schon mal versucht, Werbung für Inhalte zu machen, mittlerweile, sage ich, die Zukunft ist das Norweger Modell, das ist so, was wir in den nächsten drei Jahren kriegen. Das ist so gut, das können die nicht verhindern, die Leute von der Kultusministerkonferenz und in 10 Jahren kommt Künstliche Intelligenz in die Schule, das wird auch total spannend. Das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut.